Kurdel und Tapete Ein Seidenbacher-Müsli, ja, dann hättest du auch nicht immer die Probleme mit deiner Verdauung. Jetzt probierst du es halt. Weisst du, das ist gut. Das tut auch dir gut. Seidenbacher-Müsli. Weisst du, das ist das Müsli von dem Seidenbacher. Von wem war das Müsli nochmal? Das ist das Müsli.